Brauchen wir Alternativen? Die Weichen sind für die Zukunft gestellt. Wir müssen nach vorn schauen und auf dem richtigen Weg bleiben. Wir können und sollen mitbestimmen. Ich bin in Freiheit geboren und liebe diese Freiheit. Ich liebe diese Vielfalt unserer Gesellschaft und lebe unsere demokratischen Werte. Ich gehe wählen. Du auch? Du auch? Du doch. Untertitelung des ZDF, 2020